Ohlala! Der Lieblingskäse von Napoleon. Ich würde sagen, der kräftigste, der würzigste Käse unter Rotkulturkäse. Epois. Der Käse duftet einfach fantastisch und sehr intensiv. Zur Hilfe würde ich mal Patrick Rosenthal gerne anfragen. Hallo, Mensch! Der Käse ist wirklich kräftig, würzig. Ich hoffe, dass du auch die gleiche Gremigkeit und Flüssigkeit hast. Ich brauche Spekulatius-Kekse. Ich werde jetzt testen und bin schon sehr gespannt, denn das war meine Lieblingskombination. Das passt wirklich, weil der Käse schon von alleine so viel Power hat. Mit dem Spekulatius-Keks ist das der absolute Knaller. Jetzt haben wir wirklich ganz tolle Kombinationen gefunden und da bin ich jetzt sehr happy. Und ja, hab noch einen schönen Abend. Ja, tschüss! Auf Wiedersehen!